hallo und recht herzlich willkommen ihr lieben leute wir setzen unsere unser abenteuer in limbo weiter fort wie ihr euch noch daran erinnern könnt sind wir beim letzten mal bei diesem rätsel hier stecken geblieben wir haben aber schon genauestens erkennen können wir müssen diese beiden balken die da rechts im bildschirm sind einfach nach oben bewegen um da weiter zu kommen das problem ist allerdings dass sie sich wieder nach unten begeben sobald wir von dem seil da weg gehen ich möchte mal was ausprobieren ich habe das gefühl dass diese lore die da unten ist dass wir sie für irgendwas brauchen nur weiß ich leider nicht für was ich glaube dass da unten würde uns nicht gerade gut tun diese zwei zahnräder zu kommen kann es aber dennoch mal ausprobieren ok das hätte ich mir fast schon selbst denken können aber ich frage mich wozu die lore da unten gut ist die hat sicherlich auch nen zweck aber mir fällt nicht ein welcher das sein sollte da reicht mir die zeit nicht aus mal schauen hinter der lore scheint sich auch nichts zu befinden wofür ist die lore nur gut irgendwas müssen wir mit ihr machen sonst wäre sie ja nicht hier mein kopf raucht wahrscheinlich ist die lösung wieder simpler als man denkt ah ich habe eine idee ich weiß wozu die lore da ist genau und zwar bewegt sich das obere seil ja ebenfalls wieder nach oben zurück sobald wir das seil loslassen wir haben allerdings die möglichkeit wenn jetzt die lore da ist dass wenn ich jetzt los lasse und das seil nach oben geht dass ich schnell nach unten komme auf die lore drauf springe auf das seil ach sieht am besten selbst was ich meine das war knapp nein ach jetzt habe ich die pfeiltaste nach unten gedrückt bzw meinen analog stick nach unten aber ihr könnt euch jetzt sicherlich denken wie das ganze funktioniert ich muss das seil erhaschen dann wieder ein bisschen warten bis das gewicht ganz nach oben ist dann schnell zum anderen seil hin und natürlich mit perfekten timing und dergleichen sollten wir es dann hinbekommen um dieses hindernis zu passieren nacht ja gott das kann nicht so leicht so noch mal dieser versuch wird von erfolg gekrönt sein das weiß ich und sauber nichts machen nichts machen nicht nach unten nicht nach unten nicht nach unten so zum andern seil hin und los sehr schön auch dieses rätsel haben wir mit bravour bestanden ich kann nichts machen dieses vieh ja ich bricht dich jetzt oben ich kann mich gerade nicht von selbst bewegen das vieh steuert so ein bisschen meine bewegungen aber dank diesen netten herren da oben konnten wir diesen diesen parasit abschütteln und ungestört unsere reise weiter fortsetzen von der linken seite geht es nicht von der rechten geht es auch nicht aber jetzt funktioniert es ich bin mir relativ nach einer wasserleitung wahrscheinlich müssen wir diese grube da vor uns befüllen natürlich wenn es hier wasser geben würde nirgendwo nirgendwo Ah, Hamsterrad lässt grüßen. Ah, ne, ne, da muss ich ein bisschen länger drauf halten. Und wir können Regen machen. So dermaßen mächtig sind wir. Wir können Regen machen. Jetzt sollte... Jawohl, jetzt ist auch das mit dem Wasser kein Problem mehr. Tja, das Problem, das ich allerdings jetzt habe, ist, der Pegel senkt sich wieder. Ah, ich muss wahrscheinlich den Baumstumpf ein bisschen in die Mitte setzen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen, genau. Jetzt lassen wir den Wasserpegel wieder ansteigen. Und ich dürfte mit dem Floß perfekt dann die Plattform haben, um die andere Seite erreichen zu können, ohne dabei, dass wir jämmerlich ertrinken. Na komm, 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 komm. Und jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Zeit ist Geld. Geschafft. Ich bin echt erstaunt, wie flüssig das momentan mit den Rätseln geht. Okay, es sind ja nicht die überschwersten Rätsel, aber manchmal tue ich mir da echt ein bisschen schwer. Bei solcherlei Dingen. Aber man soll ja den Tag niemals vor dem Abend loben. Na, was habe ich gesagt? Irgendetwas ist immer. So, wir nehmen die Kiste jetzt einfach mal mit. Ich denke, sie wird uns von großem Nutzen sein. Weswegen auch immer. Ja, ich denke, so dürfte das in Ordnung sein. Man sagt ja, man soll niemals Hebel, die einfach irgendwo rumstehen, aktivieren, beziehungsweise benutzen. Aber es brennt mir in den Fingern und deshalb... Ja, ich habe es gewusst. Oh mein Gott, wie ich es gewusst habe. Ähm, ja. Ach, okay. Na, da kann ich den Versuch schon abbrechen. Das bringt nichts. Wir hätten die Kiste mehr an den Rand ziehen müssen, damit ich sie dann auch von oben her hätte packen können und dann an den linken Rand schieben können. Mein Fehler. So, dieses Rätsel erfordert jetzt ein klein wenig mehr Schnelligkeit. So dürfte das reichen. So, und nächster Versuch. Oh, oh, das sieht nicht... Obwohl, doch, das könnte was werden. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Da habe ich jetzt nicht mit einkalkuliert, dass ich beim Sprung gegen die Kiste sie noch ein wenig nach links verschoben habe. Das wollte ich gar nicht. Muss ich sein, ein bisschen weiter nach hier. Genau. So, alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ich erwische sie von hier. Nein, leider nicht. Ihr mögt mir vielleicht nicht glauben, aber es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Egal, auf ein neues. So, diesmal ungefähr... So, das müsste aber reichen. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, dieses Mal kriegen wir es hin. Und? Oh, oh. Ich verstehe das nicht. Was habe ich falsch gemacht? Verdammt. Man hat doch niemals so viel Zeit, die Kiste da wegzukriegen. Jetzt bin ich überfragt. Warum ich das tue? Ich habe keinen blassen Schimmel. Okay, warum hättest du auch von Erfolg gekrönt sein sollen? Ich verstehe das nicht. Seht ihr? Ich habe es doch gesagt. Niemals den Tag vor dem Abendlohn. Jetzt habe ich tatsächlich mal ein Rätsel, bei dem ich hänge. Und ich hänge ganz schön tief drin. Ihnen doch Kacke. Das würde ja auch nichts bringen. Nee, ich komme mit der Kiste auch nicht mal so weit. Ich verstehe es nicht. Es müsste so eigentlich funktionieren. Das Problem ist, ich habe kaum Zeit, die Kiste da nach hinten zu schieben. Ach, nee, oder? Nein. Ach, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich, wo der Fehler lag. Ich sehe es, ich sehe es. Ihr habt es wahrscheinlich schon länger als ich gesehen. Jetzt kann ich die Kiste da auch vorne lassen. Mann. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal vollkommen kompliziert denkt und dabei die Lösung des Rätsels eigentlich viel simpler ist? Und man sich am Ende des Tages selber einen Facepalm verpasst, wo man sich denkt, oh Mann. Warum nur? Warum? So. Jetzt werde ich aber einen Besen fressen, wenn das nicht funktionieren sollte. So. Schwups. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Oh, gut, dass wir schnell reagiert haben, weil das mit dem Wasserpegel ist noch nicht zu Ende. Oh, Gott. Nein. Nein. Och. Wir erlitten den Tod. Wegen einem gottverdammten Pixel. Och, nee, oder? Aber das sind jetzt so wiederum Momente, da packt mich doch wieder der Ehrgeiz. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es auch zu Ende machen. So, Riegel nach hinten. Das können wir sogar jetzt noch sehr gut machen. Bam. Und seien wir jetzt alles andere als sparsam, schieben wir die Kiste ganz schön weit raus. So, und das dürfte jetzt aber lang. Aufgrund des Loches konnte die Kiste gar nicht so weit nach oben treiben. So. Oh, es geht immer noch weiter. Herrgott, ich wollte hier jetzt eigentlich ein Ende setzen. Aber egal, machen wir dann eben weiter. Steigt der Wasserpegel noch? Ich weiß es gar nicht. Hell yeah, steigt weiterhin. Falls wir da unten jetzt etwas tun mussten, ist es auch zu spät. Oh, oh. Ich dachte, das wäre eine Kiste. Nein. Nein. Och, Herr Mann. Na, immerhin müssen wir nicht von ganz vorne anfangen. Aber, da ich merke, dass mich dieses Rätsel doch ein wenig mehr an Energie gekostet hat, als es eigentlich hätte sein sollen, sage ich, machen wir hier Cut, und jetzt regenerieren wir unsere Kräfte und probieren dieses Rätsel das nächste Mal aus. Oh Mann, bei dem letzten Rätsel bin ich förmlich baden gegangen. Ihr müsstet meinen Blick sehen, ich schaue gerade drein wie ein begossener Pudel und das Wasser steht mir deswegen bis zum Halse. Naja, besser als das Wortspiel, hoffe ich, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Falls dem so sein sollte, ein Daumen nach oben, symbolisiert mir Zufriedenheit. Und falls ihr eure Loyalität ausdrücken wollt, könnt ihr das am besten, indem ihr ein Abo bei uns da lasst und dadurch dann über die neuesten Folgen von mir oder den anderen aus der ULPS-Crew informiert werden wollt. Ich wünsche euch was, haut rein, macht's gut und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Limbo. Wird wieder Willen. See ya!